Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Volibear im Jungle. Mit dabei sind wieder einmal der Flo und der Mark und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Normalerweise sollte ein Garen mit einer Riven Easy fertig werden. Ja auf jeden Fall. Aber der spielt mit uns der Schlacht. Ich spiele zwar nicht warum, aber... Keine Ahnung. Also ich spiele auch mit dem, was ich hier mit Volibear drin habe. Spiele ich, garen. Umklammerung der Untoten. Was ist mit Champions mit dem... Ich hab keine Ahnung, ich spiele eigentlich um den Typhoon. Ich hab immer mit diesem Typhoon, dem... Den Donner-Firsten-Ding, ja. Ja, hat mir auch ein Abonnent jetzt geschrieben. Da kommt Ultra-Damage, aber so bist der Held. Ultra-Tanky. Und ich spiele Garen ja als richtigen Tank, ne? Full-Tank. So, jetzt kriegst du auch einen gescheiten Pull. Nicht, dass du nur wieder fünf Wochen Deweil und Deorn vollhältst. Oh ja, das hab ich noch gar nicht erzählt, ne? Wie wir das Game verloren haben, weil du nicht vernünftig gepullt hast. Hm. Kommt, kommt, kommt. Ist ein bisschen langweilig hier, ne? Der Donner verliert seinen Kopf. Brüllen wir mal ein bisschen rum. Oh, das war ein sehr schöner Pull. Muss ich ja mal sagen, ne? Was der Sturm dir folgt. Was haben die denn am Junglen und Poppy? Iiiiih! So, der Le. Oh, er macht da unten aber ordentlich Druck, ey. Der ist schon nicht getroffen. So, sag es mal ganz gut. Auch da ist der Sturm, die sich das schadeft. Ist das gehalten, ob ich das nicht schadefeste? Das ist nicht schlimmste, logisch zu sagen Wo ging es? Poppy ist noch nicht aufgetaucht, Toplane ist er Ah, das ist doch Okay. Äh, bleib. So. We're gonna move. Weg. Mhm. Brauch nicht. Nee. Wollt er diven, dann komm ich gleich mal vorbei. Ja, wissen nicht ob's gut ist, ob wir was diven. Naja, dann lassen wir's lieber. Ja, mach mal lieber auf sicher. Ja. Ich weiß nicht, ob die Morgana dafür Plan hat. Die will diven, wie's aussieht. Ja. Wenn die Popula jetzt vorbeikommt, ist er hin. Oh, ich komm lieber auch mal entgegen. Okay, kann ich wieder umdrehen. Leblanc kommt runter. Oh, Popi auch. Markfollowed nicht. Ich komm über die Lane. Ja, okay. Nichts passiert. Das wird jetzt also. Ja. Das ist nicht so gut. Man kommt glaub ich auch noch. Ja, man kommt jetzt. Da ist die Leblanc. Mag ich komm entgegen? Deinen Instinct. Ja, okay. Die will nicht. Wisst du? Ne. Okay, dann lass mal. Geh ich mal bei der Poppy in den Jungle. Okay. Oh, Braum war beim Drake gerade. Oh, Poppy kommt mit. Mark. Okay. Okay. So, ich drehe mal wieder ab. Das bringt hier nichts. Weg. Hm. Willst du einen Blue Mark? Musst du herkommen. Ich gehe mal wieder ab. Jetzt kann icheee die Schmange. Ja, dass du ihn auf pubner wohnst 돼. Ich komm mal unten vorbeifloh. Das wär übelst geil. Weil die... ... gerade backhauen. Mhm. Das ist übelst zurück geworden. Okay der Brown. Komm, ich komm, ich komm. Ja. Aaaaah. Er gesessen hätte er einen Mann gekriegt. Okay. Ich geh erstmal backhauen. Ich hab über 1000 Gold. Ich hab den 6. Also in 6. Nein du bist der Schild. Ja. Du bist das Schild vom Brown Road Club. Dann ist GG. Ah, bis jetzt sehr ausgeglichen hier. Ist ein Kill gefallen. Farben sieht auch überall gut aus. Ist das eine Herausforderung? Der Geron der pusht so doll. Da kann ich auch nichts machen da oben. Die kamen da noch dazu. Das hat nur die übelst gehabt. Gucken wir mal wieviel Leben die noch haben. Ja. Ja. noch mal ein bisschen im gegner jungle gucken was hier abgeht oh hier ist blut ich weiß nicht könnte man schon in deiner richtung sein aber macht nichts ich hab gleich okay weg 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 so wir haben wir ja scheiße ich hasse pop yulti er holt sie sich trotzdem geil das war cool haben wir überhaupt ab hier außer leblanc das war jetzt gut haben wir zwei gegen eins getauscht das war wieder worden so floh ich komme mal über die lane gleich ich bin gleich da okay vielleicht kriegt im braum auch noch mark hier oben ist ja alles schönes ding sauber schön gespielt gut gemacht jungs haben wir alle toll gemacht alter bei mir leckst du trotzdem übelst wahrscheinlich nur bei dir das war das problem komark jawohl er hat auch die leblanc wenn floh gleich da ist gehen wir drake machen kommt mit bitte leblanc totes okay super wir kommen einfach versuchen im braum festzuhalten oder irgendetwas so ich hole euch nochmal nach hinten weg da komm ich nicht raus oder doch danke mark fünf schildern doch voll geil ja ja verstehen wir alles klar so jetzt haltet euch aber zurück wir sind jetzt erstmal wieder weg ich nehme eine verplättet ich bin schild gibt dem floh ein schild hat sie schon gibt ihm noch eins nein ich wusste es das hat sich angekündigt ja garen berserker sag ich doch so viel zu riven top ja riven top ist frühstück für'n garen ja pass auf mark oh das war meistens das war mein pink bord mein pink bord macht zu witzig oh lol sauf warum kommt zu dir mark von hinten da gehe ich auch mal entgegen da will ich mitmachen ja die reisen jetzt ja da können wir nichts mehr machen doch der überlebt ich bin hinter der mark gleich da ich bin schon ganz gut tanky oh poppy war auch da unten floh ihr müsst wollen ja mach mal alles klar dem raum einfach festhalten doch komm ich flasher den hol ich nein da ich sag noch viel will kommen da pushen wir rein jetzt alle hier ok zentrauer machen das liegt wo den dings gehört ja ich auch aber das wird's machen garen pusht seine top lane ordentlich durch das sieht gut aus hier alles oh der red buff ist da haltet sie mal noch so ein bisschen auf ok ok ja weg warum wir sind noch da hier löst das nicht die scheiße blumen ja ja gut oh mark muss auch mal wieder zurück zu seiner mitte ich mach mal einen abflug hier und weg gehen ja schon safe spielen solange morgana nicht da ist aber ansonsten sich das alles wunderbar aus hier 1 3 ist echt wieder report triffst du deine ult heute nicht wahr ne ja auch ein bisschen schlechte da können sie nur zweimal unterbrechen und immer useless machen ja ja ich komme bot oder mitte ja die will dein pink ward machen wie sieht's aus vom leben ja ich komme mitte ok hier poppy kriege ich nee haut doch ab alles klar alles klar ja ja der braun kommt auch nicht weg so jetzt mit ok da ist nur die poppy ok ok let's dive for the win ah will gar nicht tower machen komm hoch jetzt jo ooo ich kann fliegen ok poppy hat mich gerade rausgeholtet ich hole mir mal die riven hier ah jetzt geht's in der mitte da ist keiner mehr verdammt doch wieder ja soweit hinten aber ok ich bin auch da ok ich habe so das war's mit der riven riven ist einfach instant down so ja track ist eine gute idee was habe ich gekommen ja mal ähnlich weiter ach so ja warte mal ich glaube die haben hier noch einen pink ward drin aber ihr seid ja alle gar nicht da jetzt gucken sie oh das morgana und dings ist aber auch eklig eher ach misst jetzt hab ich mir erst das mana dinge geholt bin ich banane ja das ist egal ja morgana und lux dieses doppelt schild das geil ne ja nicht das schild doppel q das ist übel auch ja so ich komme jetzt runter zum drake dann machen wir jetzt mal genau da machen wir richtig rabatt oh der gran hat 3 da gehe ich ihm erstmal kurz helfen schreiben wir es mal floh ich brauche ja ja ne farm erstmal schön old ja ich komm jo ich komme auch wieder gerannt o mark seht euch vorder oder sogar noch kill so flotline form das mittel alle mit so gepusht dass das so ein bisschen ausgeht unten okay dann lasst uns hier weitermachen so und sturmangriff vorwärts ohne furcht nicht am rand sondern mittel durch haben wir schon gewonnen 4 1 richtig langweilig haha naja ich hoffe euch hat das game ein wenig besser gefallen netz im floh und wenn ja schaut mal wieder rein in diesem sinne bis bald euer ram